Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute machen wir so, wer am schnellsten essen kann bzw. wer danach am schnellsten trinken kann und der Verlierer muss was ekliges essen bzw. was ekliges trinken. Mal gucken, wer schneller von uns leidet. Zuerst fangen wir an mit einem Fussbrot. Ja, aber dann müssen wir drei Sachen machen und der dann... Ja, drei Sachen. Also zuerst das Fussbrot. Ja, ich suche die dritte Sache aus. Okay. Doch nicht anfangen. Ein Stück höher. 3, 2, 1 Und runterschlucken. Ich bin schneller als du. Was ist los? Und runterschlucken. Und runterschlucken. Runterschlucken. Ich guck auf. Mhm. Doch. Auf dem Gürzel. Ich guck. Generell war ich fertig. Ich kann das essen. Ah. Ich muss auch gucken. Ich zeig es. Also wie am schnellsten trinken kann. Okay, drei, zwei, drei. Okay, drei, zwei, drei. Was? Das sind drei Sekunden. Du hast es doch nicht mehr alle. Aber du musst drei Wettbewerber gewinnen. Aber wenn wir drei Stück machen, wenn wir insgesamt bloß drei machen, und ich weiß, zwei Gewinner haben, kannst du gar nicht mehr aufhören. Doch. Weil du musst jetzt gewinnen. Und wenn du das jetzt gewinnst, dann bist du der Gewinner. Und wenn ich jetzt gewinne, dann hast du Freimer. Warum? Hammer 2 zu 1. Und die dritte Challenge ist, wir essen Biefi miteinander. Das will ich jetzt eh noch nicht tun. Du hast Biefi. Ne, das stück ich nicht mal. Das ist ja nicht so gern. Aber außerdem tue ich es. Los. Hallo? Hast du fein, Anna? Hä? Hallo? Dann müsst ihr immer verschmieren. Das werdet ihr nie wiedersehen. Weil ich kenne ja alle wie viel ist. Du hast die nicht mehr alle. Hör auf. Wie ist der Zombie angefangen? Mh. Koch. Aber in der Nemo-Flasche ist mehr drin. Mh-mh. Doch. Mh-mh. Da hat nur Koffenström. Und da hat nur Koffenström. Ja, aber da ziehen sie immer ein bisschen was ab. Ne, ne. So. Ne. So. Du lügst nach. Ich bin fertig. Ferien, da muss ich jetzt was ähnliches trinken. Meine Schwester hasst Kaffee. Bist du fies. Ähm. Also, da ist Kaffee drin. So, Feriener, ausdrücken. Feriener, nein, man muss es erst mal verrühren. Verrührt. Es ist mal viel. Nein, es ist nicht. Ich habe jetzt auch, was ich drin habe, wo es du drin hast. Überhaupt bist du ja auch mal voll. Es trinkt. Feriener, jetzt trinkt du auf. Feriener, darf ich noch was rein tun? Nein, du trinkst es jetzt. Einzeln. Feriener, jetzt hör auf. Ich lächst jetzt runter. Nee. Feriener, trink aus. Bis zum nächsten Video.